Guten Tag, wir sind hier in einem Café in Berlin-Mitte. Wir sind seit vorgestern quasi schon in Berlin und waren gestern auf einem Festival für barrierefreie Veranstaltungen. Kosta, was heißt das denn? Das heißt, dass Menschen mit Handicaps dort trotzdem feiern können, dass Menschen Rollstuhl dort feiern können, dass niemand ausgegrenzt hat. War super. Einzige, die ausgegrenzt wurden, waren wir. Das war nämlich so, die Polizei kam dann und hat gesagt, wir mussten halt leiser machen, weil wir waren zu spät. Vorher hat nämlich Black Cat gespielt. Black Cat, kennt ihr nicht, erklären wir euch. Ein Typ setzt sich eine Mütze auf mit zwei Hörnern und macht dann einfach Krach. 40 Minuten oder so hat er Krach gemacht. Danach hat er irgendwie sein Equipment zum Teil zerlegt, was vielleicht auch einfach mal angebracht ist. Oder angebracht war. Ja, war schon, also mich hat es ein bisschen verstört, deswegen hier so ein bisschen völlig, guck, Blut. Das klingt Licht an dem Konzert, das war danach. Ja, danach war nämlich? Döner. Döner. Und hier, Berliner Döner, kennt ihr ja. Herr Lehmann, guckt ich, angucken, ist krass. Alles kaputt. Wo sind wir heute ganz schnell? Wir sind heute, wo sind wir denn? Ja, wir sind im Toolbook Store. Toolbook ist quasi Amazon für Indie-Verlage. Hier wird es kurz einmal ruhig. Das ist ganz toll. Also Toolbook Store, die verkaufen Bücher, die haben den Slogan. Warte, der Slogan geht immer so. Nicht jedes Buch. Nochmal. Nicht jedes Buch. Das ist toll. Nicht jedes Buch. Also nur ausgewählte Künstlerinnen aufgenommen. Zum Beispiel wir. Wir dürfen nämlich da, also wir sind nicht jedes Buch. Wir sind heute nämlich bei Toolbook und wir machen auch deswegen. Wir sind ja auch kein Buch, ne? Wir sind ja mehr. Wir sind ja, wir sind so Berlin. So Berlin. Überhaupt Berlin. Kosta, kannst du noch mal den typischen Berliner Namen machen? Ich geh mal kurz aus dem Bild. Mein neustes Projekt, ne? Du musst näher ran, die hören dich nicht. Mein neustes Projekt. Ich glaub wir sind zu lang. Wir haben genug erklärt. Also wir machen heute, wir lesen Texte, wir machen Musik. Und wir sind Toolbook Store und unterstützen nicht jedes Buch. Möchtest du mal was erzählen zu Berlin? Wie gefällt's dir hier? Toch. Mir ist ausgefallen, aufgefallen. Mir ist ausgefallen und aufgefallen, dass wir alle aussehen wie Autonome hier. Das ist mir nicht aufgefallen. Die sehen eher aus wie Stylers. Warte, ich mach auch mal den Berliner, den ich gesehen hab heute. Ich hab eher den Berliner gesehen. Wir machen jetzt einfach Schluss. Haben wir noch was zu sagen? Nein. Doch, wir grüßen heute mal meine Mutti. Die hat kein Internet. Glaubst du? Nicht jede Mutti hat Internet. Nicht jede Mutti. Tschüss. Dankeschön. Danke.